Gott hat mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und Demut heißt nicht, sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Herzlich willkommen, liebe Freunde in Heidelberg. Maria, ich freue mich so, dass du da bist. Danke. Der Daniel Exler hat mir letzte Woche erzählt, du bist in der Nähe und du wärst bestimmt offen für ein Interview. So toll, dass du da bist. Jetzt will ich heute mit dir reden über Menschenfurcht überwinden. Vielleicht als kurze Einleitung. Also ich bin ja jetzt dieses Jahr 30 geworden und ich merke immer wieder, dieses Thema Menschenfurcht ist enorm. Ich will jemand sein vor Menschen. Ich habe Angst, dass Menschen mich ablehnen. Gott sagt mir was und das Erste, was ich denke, ist, was werden die Menschen denken? Anstatt was wird mein himmlischer Vater denken? Und Maria, du hast so viel Erfahrung da gesammelt. Bericht doch mal ein bisschen, wie Gott dich da rausgeführt hat aus dieser Menschenfurcht und hinein in diese Identität. Also ich war in Angsthase, wo die Haut mich berührt hat. Und meine Mutter hat mich immer gelehrt, also ich muss die Gedichte aufsagen bei allen Geburtstagen und bei allen Anlässen. Aber wenn mehr als fünf Leute waren, ich war blockiert. Ich war so eingeschüchtert. Und dann habe ich viel später dann einmal entdeckt, da lebt ein Angsthase. Gott hat mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und dann habe ich erkannt, eigentlich will der Löwe von Judah in mir leben. Dann habe ich gesagt, Herr, ich lade dich ein, als der Löwe von Judah in mir zu leben. Der kam, der Hase war weg. Und er ist weggeblieben. Er ist weggeblieben. Denn Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Und ich lebe jetzt schon jahrelang mit dem Wort Gottes aus Sprüche 22,4. Der Lohn, und Lohn ist etwas, was man verdient. Der Lohn, der Demut, und Demut heißt nicht sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Und der Gottesfurcht heißt auch nicht vor Gott zittern, sondern Gott respektieren. Und das ist Reichtum, Ehre, Leben. Und so, weißt du, ich habe jahrelang gebetet, Herr, mit mir kannst du machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst du mich auf null reduzieren. Aber, verherrliche deinen Namen. Mach mich zum Segen für viele Menschen. Und schenk mir Freude, die die Welt nicht geben und ich nehmen kann. Und das tut er. Und weißt du, Europa ist so gesegnet worden durch unsere Vorfahren. Die diese Gottesfurcht hatten und auch Demut. Aber leider ist es uns verloren gegangen. Der Humanismus hat übernommen. Der Mensch kam ins Zentrum. Und da wollen wir wieder reingehen. Deswegen machen wir auch dieses Interview. Weil unsere Sehnsucht ist, dass Deutschland wirklich errettet wird. Dass der ganze europäische Raum errettet wird. Buße tut. Amen. Du hast vorhin so eine starke Bibelstelle aus 2. Chronik. 2. Chronik. 7.14 war es gewesen. Ich komme schon mit 13 an. Das war so stark vorhin, als Maria das vorgelesen hat. Ich würde gerne, dass sie es euch nochmal vorliest. Und das gilt jetzt für Deutschland. Das gilt für die ganze Welt. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt. Oder wenn ich die Heuschrechen gebiete, das Land aufzufressen. Und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende. Und, und jetzt kommt es. Und mein Volk. Das sind die Gläubigen. Über den mein Name ausgerufen ist. Demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht. Und hören. Und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören. Und ihre Sünden vergeben. Und ihr Land heilen. Gott hat mir gesagt, das ist absolut notwendig. Für Europa. Ansonsten muss er Europa bis zum Schweinedruck gehen lassen. Wir beten sehr viel in Afrika für Europa. Weil wir erkennen, dass Europa viele Jahre jetzt vom Baum der Erkenntnis gelebt hat. Und nicht vom Baum des Lebens. Und da freue ich mich so, dass ich in Afrika leben darf. Diese Leute sind da. Die leben vom Baum der Erkenntnis. Und es ist ganz anders Leben. Da oben ist die Logik. Ja, vom Baum des Lebens leben sie. Vom Baum des Lebens. Und da müssen wir hinkommen. Weißt du, wir haben uns selbst zu Gott gemacht. Wir machen Gesetze, die total antigöttlich sind. Ich habe gehört, dass jemand sogar einen Hund geheiratet hat. Und jemand anderer hat einen Computer. Wo sind wir denn? Da sind wir ja schon viel schlimmer als der Hund geboren. Wir müssen wieder zurückkommen in diese Liebe zu Gott. Und in die Ehrfurcht. Ehrfurcht. Nicht zittern, sondern Respekt vor Gott. Amen. Er liebt uns. Und Gott hat uns gerufen für diese Zeit. Amen. Da haben wir vorhin drüber geredet. Vor einem Jahr hat Gott zu mir gesprochen. Dann starte diese Serie für eine Zeit wie diese. Und Gott ist gerade dabei, Estas zu rufen. Gott hat auch zu dir gesprochen. Für eine Zeit wie diese. Darf ich da kurz ein bisschen ausholen? So gerne, so gerne. Auch die Geschichte der Israelis aus Ägypten heraus. In Ägypten waren sie an Pharao gebunden. An Satan. Und dann durch diesen Leiter Mose, den Gott jahrelang vorbereitet hat. Übrigens, sein Leben hat er auch erst mit 80 gestartet. Mit 80. Und da konnte er diese Sklaven, die 400 Jahre wirklich keinen freien Willen hatten, dass er die in Bewegung setzen konnte. Und die Planen, die dann geschehen mussten. Damit auch der Pharao sie geredet. Und dann ziehen sie aus, kommen zum Roten Meer. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Armee. Die ägyptische, weil die ja sofort gespürt haben, wir verlieren unsere Arbeitskraft. Und dann, das ist eine No-Win-Situation. Rotes Meer, Armee. Und dann kam aber der Mose mit dem Stab. Das war jetzt ein Stab, der nicht mehr ein Hirtenstab war, sondern der war voll mit der Autorität Gottes, weil er losgelassen hat. Seine Identität war nicht mehr in seinen irdischen Erfahrungen, sondern in der göttlichen Erfahrung. Konnte er das Meer teilen. Und die sind auf trockenem Boden durch das Rote Meer, wie der letzte Israeli drüben herausgekommen ist. Und der letzte Ägypter drinnen war, ist das Ganze zusammengeklappt. Und da hat Gott mir gezeigt, mach dir keine Sorgen, ganz gleich, wie stark der Druck wird. Ich werde mich um die Feinde kümmern. Ihr müsst gar nichts machen, das mache ich selbst. Und dann sind sie raus und sollten direkt ins verheißene Land, denn das war ihre Berufung. Und da sind sie eben durch die Wüste durch, und dann standen sie am Jordan. Und dann haben sie dort diese Kundschafter hineingeschickt. Ich glaube, es waren zwölf, ja. Zwei davon waren gläubig, die anderen alle unglaublich. Die anderen waren noch total behaftet mit dem Denken der Sklaverei. Weißt du, auch in unseren Kirchen, viele Leute sind wohl heraus aus der Welt, aber die Welt war es immer noch nicht heraus. Wir haben den Kirchenhof gleich viel Scheidung und gleich viel Abtreibung. Das ist ja, wir sollen ein Unterschied sein. Gut, und dann kamen die zurück. Kaleb und Joshua haben gesagt, wir schaffen es. Gott mit uns ist, schaffen wir es. Aber die anderen haben solche Botschaften gebracht, obwohl sie Traum gebracht haben. Die waren so groß, dass sie mit Stämmen, die haben bis zum Boden gereicht. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Aber, die Riesen, die fressen uns. Keiner hatte eine Bisswunde. Es war ein Geist der Angst, der sie herrscht hat. Was ist heute? Ein Geist der Angst. Und da sind sie wieder zurück. In die Wüste. Und sind 40 Jahre. Und mir tut der Joshua und Kaleb so leid. 40 Jahre, die waren bereit, hineinzugehen. Mussten sie mit diesen Ungläubigen da rumtrotteln. Und ich sage das, die sind im Kreis gelaufen. Im Kreis gelaufen. Haben sich immer an den selben Steinen gestoßen. Und sind wahrscheinlich alle an Kreislaufstörungen gestorben. Herz-Kreislaufstörungen. Weißt du, was heute die Nummer-eins-Krankheit ist? Hat der Menschenstern? Herz-Kreislauf-Störungen. Wow. Nummer-eins-Krankheit in der Welt. Wir laufen in der Wüste hoch. Und in der Wüste waren sie an sich selber gebunden. Gemäckert, geraunzt, gebohrt, geknurrt, rebelliert. Sie waren total an sich gebunden. Und dann wurde mir gezeigt, dass von den Ursprünglichen, die aus Ägypten heraus sind, haben es nur zwei ins verheißene Land geschafft. Da habe ich gesagt, herr, so eine verheerende Bilanz habe ich noch nie gehabt. Dass er da nicht aufgegeben hat. Keiner, der aus Ägypten herauskam, kam ins verheißene Land. Nur die, die in der Wüste geboren wurden. Und die waren wahrscheinlich von Joshua und Kaleb geschuld. Und ich spüre, die gesamte Christenheit steht am Jordan. Ja, absolut. Und das Rote Meer steht für unsere Taufe. Da hat Jesus alles gemacht. Aber der Jordan, da mussten sie mit der Bundeslade hinein in den Jordan, der noch geflossen ist. Und dann hat er sich geteilt. Und der steht für Galater 2,20. Ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe in diesem Fleisch, das lebe ich aus dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat, sich für mich hingegeben hat. Und im verheißenen Land sind wir nicht mehr an Satan gebunden, nicht mehr an uns selbst, sondern an Gott selbst. Und da müssen wir jetzt hin. Und das ist die Berufung des gesamten Leibes Christi an den Herrn und seine Weisungen gebunden zu haben. Und ihm zu gehorchen. Und dann, also, weißt du, ich muss da ehrlich sagen, es war die beste Zeit für uns jetzt in Afrika. Wie das angefangen hat, hat Gott mir gleich einmal eine Vision gegeben, dass wir in der Endzeit sind. Und dann habe ich gesagt, Herr, wir haben nichts zu tun mit diesem saublöden Coronavirus. Corona-Krone, Jesus ist unsere Krone. Bitte, bitte, straf uns nicht dafür. Nimm das ganze Werk hier, wie über 1.000 Mitarbeiter, 16.000 Kinder. Nimm alle mit ihren Verwandten und Kindern und Eltern und erhalte unsere Paten und unsere Menschen, die uns in Europa lieben. Nimm sie in eine Blase der Verborgenheit, der Gunst, der Gnade, des Schutzes, der Versorgung, der Heilung, der Befreiung. Und du, es ist schon so gut gekarriert. Das war schön, oder? So schön, so schön. Wir haben Durchbrüche erlebt. Gott hat Menschen erschüttert, Herzen erschüttert. Und weißt du, durch diese Gnade, die wir erfahren haben jetzt in diesen Monaten, weiß jeder in unserem Werk, das ist nicht mein Werk. Wenn einer sagen würde, dass ich der Chef bin von dem ganzen Werk, dann haue ich sofort raus. Mit Lügen haben kann ich nicht alle. Ja, ja. Es ist das Werk Gottes. Und das spüren sie. So eine Vorsorge, Fürsorge, kein einziger Kranker. Unsere Menschen, ich konnte alle durchzahlen, über 1.000 Mitarbeiter. So schön, danke Jesus. Amen. Danke Jesus. Das ist das häufigste Gebet. Ja. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Also wir sollen durchbrechen in diese Liebesbeziehung zu Gott. Und dann sind wir im verheißenen Land, wo Milch und Honig fließt. Und dann, wenn wir da gehorchen, werden wir immer im Sieg leben. Die haben immer im Sieg gelebt in dem verheißenen Land, außer sie waren ungehorsam. Es geht jetzt um Gehorsam, total Gehorsam. Maria, das ist so wertvoll. Danke. Du weißt ja, für mich ist es so wichtig, am Ende immer nochmal zu beten für die Menschen, die zuschauen. Ja. Und dass wirklich der Geist Gottes fließt und eine Zurüstung stattfindet. Und wir sind schon wieder am Ende des Interviews, aber wir möchten einfach beten. Und Maria wird jetzt noch für euch beten, dass wirklich diese Kraft und diese Fülle, die Gott für uns hat, fließt. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir in einer Zeit der Erschütterung sind. In einer Zeit, wo du trennst, wo die Grauzonen verschwinden, wo nur mehr noch dunkel und hell ist. Du trennst die Ziegen von den Schafen. Du trennst die Gläubigen von den Religiösen. Du trennst die Hure von der Braut. Du trennst den schmalen Weg vom breiten Weg. Du erschütterst unsere Herzen und zeigst uns, wo unser Fundament unseres Lebens ist. Und alles, was nicht in dir gegründet ist, Herr, ist einfach das Hammer auf Sand gebaut. Und du willst, dass wir auch Felsen bauen. Und ich danke dir für diese Erschütterungen, die eigentlich pure Liebe sind, damit wir zurückkommen in eine feste, unerschütterliche Beziehung mit dir, dem König aller Könige, des Herrn aller Herren. Und ich danke dir, Vater, dass du jetzt uns zubereitest für die Braut, dass wir als Braut von deinem Sohn abgerufen werden können von dieser Erde und das Hochzeitsmahl im Himmel stattfindet. Vater, der Herr Jesus hat uns gesagt, dass er am dritten Tag, früh am dritten Tag kommen wird. Und jetzt seit seiner Auferstehung sind 2000 Jahre vergangen. Und 2000 Jahre sind zwei Tage für dich. Und jetzt sind wir im dritten Tag. Und der Herr Jesus sagt, früh am dritten Tag wird er kommen. Und wir erwarten dich, Herr Jesus, den Anfänger und Verländer unseres Glaubens, dass du kommst, um deine Braut zu holen. Und zwar die Braut, die Öl in der Lampe hat. Nicht nur eine Lampe, sondern die voll des Heiligen Geistes ist. Die voll sich auf ihren Bräutigam freut und auf ihren Bräutigam konzentriert ist und eine Exklusivbeziehung mit Gott hat. Denn es geht um eine ewige Ehe. Um die Hochzeit aller Hochzeiten. Ich habe dich einmal gefragt, Vater, wozu du dieses ganze Universum geschaffen hast. Und du hast mir gesagt, um eine Braut für deinen Sohn zu bekommen. Und wir sind jetzt in dieser Endzeit. Und ich danke dir, Vater, dass du uns rufst, Braut Christi zu sein. Braut Christi, die keine Augen für irgendjemand anderen hat als ihren Bräutigam. Jesus Christus, wir erwarten dich und wir bitten dich, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Jesus Christus, wir sind bereit, in deine Herrlichkeit mit dir für immer enthoben zu werden. Und wir danken dir für diesen Glauben, den wir haben dürfen. Obwohl viele Menschen gesagt haben, Jesus hat versprochen, wieder zu kommen. Und es sind schon über 2000 Jahre vergangen. Und er ist nicht gekommen. Aber Gott kommt nie zu spät. Er kommt aber auch nie zu früh. Er kommt zum richtigen Zeitpunkt. Und wir nähern uns diesem Zeitpunkt mit einer ganz besonderen Genauigkeit. Also ich spüre, dass es jeden Tag sein könnte, dass Jesus kommt, um seine Braut zu holen. Lasst uns bereit sein, ihr Brüder und Schwestern, auf unseren Herrn zu warten. Und ihm zu vertrauen, dass er das gute Werk, das er in jedem von uns begonnen hat, dann vollendet mit dem Hochzeitsmahl. Im Himmel, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir freuen uns, dass du dabei warst. Bleib wirklich in dieser Liebe und in der Gegenwart Gottes. Bis zum nächsten Mal. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!